Im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach könnte es im Vergleich zur 0-3 Niederlage gegen Leverkusen die ein oder andere Veränderung geben. So haben wir Framberger wieder als Alternative zu Lichtsteiner aufgeführt, da Framberger sich früher als erwartet nach seiner Verletzung zurückgemeldet hatte und den Druck auf Lichtsteiner so erhöhen konnte. Im zentralen Mittelfeld sehen wir Oxford, der im vergangenen Spieltag überraschenderweise startete, nicht mehr drin. Dafür aber Bayer, wenn es bei ihm für einen Startauf-Einsatz reichen sollte. Alternativ steht Moravec bereit. Auf den Außenbahnen streiten sich Iago, der ebenfalls gegen Leverkusen unerwartet schon direkt von Anfang an begann, und Hahn um den zweiten Platz. Vargas ist auf der anderen Seite gesetzt. In der Angriffsreihe sehen wir weiterhin die Doppelspitze für Niederlechner. Gregorisch, zuletzt dreimal nicht in der Startelf, wäre für einen der beiden aber eine Option.